Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 31. August ÖPNV-Verbesserungen für Schüler und Pendler in Wiesbaden Urteil nach tödlichen Messerstichen in Flörsheim und Baustelle in Wiesbadener Bahnhofstraße verzögert sich weiter. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Eine deutliche Verbesserung für Schüler und Pendler in Wiesbaden, das verspricht sich SW-Verkehr von der Erweiterung des Fahrplans zum 3. September. Problem dabei, der Fachkräftemangel ist noch nicht vorbei. Doch SW-Verkehr hat nun mit Transdev und DB Regio Busmitte zwei Partnerbusunternehmen, die einige Leistungen übernehmen. Zum Start werden die beiden Subunternehmen Fahrten teilweise auf der Linie 5 sowie alle Fahrten der Linien 39 und 46 übernehmen. Dafür nutzen Sie zunächst die Busse von SW-Verkehr. Auf den meisten Linien der Stadt wird nun in der Hauptverkehrszeit montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr ein 10-Minuten-Takt gelten. Ebenfalls zum 3. September stellt SW-Verkehr den Ticketverkauf in Bussen auf bargeldloses Zahlen um. An den rund 60 Fahrscheinautomaten sowie den etwa 40 Vorverkaufsstellen im Stadtgebiet können Fahrgäste weiterhin mit Bargeld bezahlen. Alle Details zur Fahrplananpassung liest ihr auf unseren Portalen. Die diesjährige Freibadsaison neigt sich in Wiesbaden dem Ende entgegen. Wie die Stadt mitteilt, werden die Freibäder nach und nach geschlossen. Im Kallebad und der Mahaue wird parallel zum Ende der Sommerferien am Sonntag 3. September der letzte Badetag sein. Das Opelbad bleibt bis Sonntag 10. September geöffnet, während das Freibad-Kleinfeldchen bis Sonntag 17. September geöffnet sein wird. Das dortige Nichtschwimmerbecken bleibt bis Dienstag 3. Oktober geöffnet, wird jedoch nur mit Solarenergie beheizt. Das Thermalbad Aukamtal wird in der Zeit von Montag 4. September bis Sonntag 24. September aufgrund der alljährlichen Revisionsarbeiten geschlossen sein. Die Sauna wird bereits am Samstag 2. September geschlossen. Gerichtsurteil nach tödlichem Messerangriff in Flörsheim gefallen Der 33-jährige Rezano wurde wegen Totschlags zu sieben Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe sowie der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Die tödliche Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht des 16. Dezember 2022 und endete mit dem Tod von Oma S. Laut der Vorsitzenden Richterin Jasmin Kleinert war der Angriff brutal und menschenverachtend. Beide Männer standen zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain. Neben der Freiheitsstrafe wurde auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet, um eine Therapie des Alkohol- und Kokainabhängigen zu gewährleisten. Erst danach soll der Verurteilte die restliche Freiheitsstrafe verbüßen. Die bereits abgesessenen acht Monate in Untersuchungshaft werden angerechnet. Das Gericht folgte der Einschätzung einer Sachverständigen, die eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit aufgrund der Wechselwirkung von Alkohol und Kokain nicht ausschloss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wir werden weiterhin über Entwicklungen in diesem Fall berichten. Die große Baustelle in der Wiesbadener Bahnhofstraße nahe der Rheinstraße bleibt noch bis mindestens Mitte Oktober bestehen. Möglicherweise auch noch länger, das Hänge vor der Witterung ab, teilt es wie Versorgung mit. Dort wird eine Fernwärmeleitung verlängert, um eine Liegenschaft auf der Bahnhofstraße anzuschließen. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis Ende September abgeschlossen sein. Ob die Baustelle noch weiter wandern werde, ist zurzeit nicht klar. Ursprünglich sollte in diesem Bereich von Bahnhofstraße, Rheinstraße und Schillerplatz nur ein Großabnehmer mit Fernwärme versorgt werden. Doch schließlich seien noch sechs zusätzliche Anschlüsse verlegt worden. Darum auch die Bauzeitverlängerung. Aktuell seien in der Innenstadt Fernwärmemaßnahmen in der Auguste-Victoria-Straße und in der Viktoria-Straße-Lessingstraße geplant. Diese sollen noch im Herbst dieses Jahres starten. Immer mehr Grundschüler in Hessen haben mit Problemen im Schulalltag zu kämpfen. Wie Schulen berichten, bleibt dabei immer mehr Erziehungsarbeit an Lehrkräften hängen. Um der veränderten Entwicklung der Schüler besser gerecht zu werden, fordern Grundschullehrer eine bessere personelle Ausstattung an den Schulen. Damit sind nicht nur Lehrer, sondern auch Sozialpädagogen gemeint. Ein Zweipädagogen-Prinzip für jede Klasse sei wichtig. In Hessen gibt es bereits verschiedene Maßnahmen, um Kinder auf die Schule vorzubereiten. Die Vorklasse etwa, aber auch Vorlaufkurse für Kinder, die zur Einschulung noch nicht ausreichend Deutsch sprechen können. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de